Herzlich willkommen zur Videoreihe Tech-The-Basic. In unserem heutigen Video erklären wir Ihnen den elektrischen Widerstand. Lassen Sie uns gemeinsam die wichtigsten Fachbegriffe der Elektrotechnik erkunden. Der elektrische Widerstand begrenzt den Stromfluss in einem Leiter. Man stelle sich einen Schlauch vor, durch den Wasser fließt. Der Wasserdruck ist wie die elektrische Spannung. Das durchfließende Wasser ist wie der elektrische Strom. Man kann sich den elektrischen Widerstand nun so vorstellen, als würde man den Schlauch zudrücken. Das Wasser wird am Durchfluss gehindert. Es fließt weniger Wasser durch den Schlauch. In unserem Fall behindern die materiellen Eigenschaften des Leiters den elektrischen Strom beim Durchfließen. Die Elektronen stoßen nämlich auf ihrem Weg auf Atome. Es entsteht Reibung und das Kabel erwärmt sich. Der elektrische Widerstand hat als Formelzeichen R und wird in Ohm gemessen. Spannung, Strom und Widerstand stehen also in einem engen Verhältnis. Dieser Zusammenhang lässt sich auch mathematisch durch das sogenannte Ohmsche Gesetz ausdrücken. Spannung ist gleich Widerstand mal Strom. Umgeformt sieht die Gleichung auch wie folgt aus. Strom ist gleich Spannung, geteilt durch den Widerstand. Man kann also mit Hilfe des elektrischen Widerstandes die Stromstärke oder die Spannung beeinflussen. Elemente haben unterschiedliche spezifische Widerstände. So leitet Kupfer, Aluminium und Gold aufgrund eines geringen spezifischen Widerstandes den elektrischen Strom besonders gut. Kunststoffe, Glas oder Porzellan haben einen sehr großen spezifischen Widerstand und wirken eher isolierend. Aber auch die Größe des Leiters hat einen Einfluss auf den Widerstand. Als Faustregel gilt, desto länger eine Leitung wird, desto größer wird auch der Widerstand. Und desto größer die Querschnittsfläche eines Leiters wird, desto kleiner wird der Widerstand. Daher achtet man bei Elektroinstallation auch darauf, dass der Querschnitt des Kabels ausreichend groß ist. Manche Normen fordern einen Leiterquerschnitt von 16 Quadratmillimeter. Dies ist die Mindestanforderung im entsprechenden Land. Fordert der Hersteller aber einen noch größeren Leiterquerschnitt, so muss unbedingt der Querschnitt des Herstellers eingehalten werden. Viele Hersteller geben dafür in ihren Datenlettern Angaben zum minimalen Querschnitt oder zur maximalen Leitungslänge an. Ansonsten besteht Gefahr für die Umwelt und den Menschen. Zu kleindimensionierte Kabel können zum Brand oder Schäden an Produkten führen. Vielen Dank, dass Sie unser Erklärvideo zum elektrischen Widerstand angeschaut haben. Wir hoffen, dieses Video hat Ihnen bei Ihren Fragen geholfen. Weitere Videos der Serie Tech Tip Basic finden Sie auf unserem YouTube-Kanal.